Und wo kommt der denn bitte? Leck mich doch in der Tasche. Soll ich mir rauskommen. Jetzt muss ich... Eindeutig ganz dringend in eine Lackiererei. Da hätte ich schon eine. Ach, da muss ich... Ah, okay. BAMS! Und, geschafft! Neuer Motor, neuer Lackierer. Ja, total neue Lackierer. Von... aus gelb wurde gelb. So, wir warten, bis die vier Sterne wechseln. Ja, Hillary ist verreckt. Aber da können wir nichts für. Ist er selbst schuld. Jetzt will ich natürlich wieder Fluchtwagen fahren, aber das habe ich mir. Oh. Schießen auch nicht, obwohl... Ich habe aber keinen Stern. Ich glaube, ich habe keinen Stern, aber ich habe gerade in Ordnung. Woher muss ich denn jetzt? Hier rechts? Was ist hier rechts? Ein Eisver... Ne. Okay. 50.000 Dollar. Was? 50.000 Dollar. Oh, hi there, Mercedes. Yeah, I'm a little tense. What did I tell you, Tommy? What did I tell you? Ben, swap better and watch out when Ken Paul is in town. Come on, give me a bit of a slice, mate. Come on, I got this a new friend. Bist du 10.000 Einkäufe, da hol dir das Geld rein, was ich hab. Okay. Okay, Waffen haben wir mehr als genug. So, wo ich jetzt hin will. Theoretisch... 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 Sollte jetzt eigentlich... Telefon... Schellen oder so. Aha. Aha. Und da haben wir nämlich das Wichtige. Nämlich die... Hill-Missionen heißen die. Könnt ihr die Tür mal zugehen, bitte? Natürlich nicht, Mama. Natürlich will ich nicht zugehen, scheiß drauf. Wir gehen jetzt zu der Film-Mission, denn die Film-Mission ist der Ansporn zum Schluss. Also, was heißt Ansporn? Es gibt, glaub ich, noch, wenn ich richtig informiert bin, zwei Film-Missionen und zwei Haupt-Missionen. Ja, die Film-Missionen sind keine Haupt-Missionen, aber die Film-Missionen sind Pflicht für... ...damit, dass die Haupt-Missionen weitergehen können. So. Also, jetzt so hab ich so, muss man es richtig ausdrücken. Also. Machen wir jetzt... Wir hätten Film-Missionen hier. Keine Lust, mein Geld abzunehmen. Ist doch egal. Hill-Missionen... Ja, bitte. Tommy, Tommy, Tommy! Ich hatte Sonny auf dem Telefon, okay? Bist du mit mir? Ich weiß nicht über dich, aber es ist etwas über einen Mann, der schreckt, um meine Familie zu töten, das wirklich schreckt mich aus mir. Was sollst du machen? Ken, mach es einfach. Ich bin Conn. Conn ist ein Mann, wenn er seine Leben verletzt hat. Bleib aus dem Idiot-Fuhl und schau dich nach dir selbst. Keine Ahnung wird uns rausnehmen. Ich habe dich später. Hi, ich bin Conn. Ich bin Conn, nicht ich, Conn? Es muss eine schreckliche Tod, die das zu meinem Spruch macht. Auf geht's. Der Waffen schieben, Schiebär. Ein guter Wiff will set you on. Ah-wee! Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner, been doing me for business some late. He does his weekly run about now. Hey! Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at him. Then finish him off. Ah-ha, da haben wir auch schon den Waffen gelebt, den wir hier nämlich das letzte Mal. Ram wir die Waffen, was ist denn? Was ist denn? Wer 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 ist denn? Okay. Per-Zündergranaten? Whatever. Oh, aber wenig Schuss. Oh, aber extrem wenig Schuss. Oh, ich habe aber extrem wenig Schuss. Gefällt mir nicht. Gespeichert habe ich, oder? Ja, klar, oder? Hab ich gespeichert? Boah, wenn ich nicht gespeichert habe, na dann werde ich mir das nie verzeihen. Oh, ja. Uh, was ist denn? Hey! So, nochmal weg Hab auch schon einen Reifen verloren, wunderbar Hä, ich hab doch gerade Ja, ach so, ich hab, ja Und jetzt werde ich sehen, ob Nee, oder? Ich hab das nicht gespeichert Das kann nicht sein Ich hab den Laden Nein, nein, nein Ich hab das nicht gespeichert Ernsthaft Ich hab die Bankmission nicht gespeichert Ernsthaft Ich hab das nicht gespeichert Ja, ich weiß aber warum Oh Gott, ich weiß warum Boah, nee, ich glaub's nicht Ich hab das nicht gespeichert 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 Oh Leute, ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Ich hab das nicht gespeichert Die viel Pech kann ich in diesem Spiel eigentlich noch haben Das ist ja nicht, wie viel Das soll ich ja hören Das soll ich den Banküberfall nochmal machen? ja ich bin auf diesem Hotel da rausgekommen da gab es keinen Speicherpunkt deswegen habe ich gespeichert warum bin ich da nicht warum habe ich geladen warum hab ich sie nicht einfach nicht geladen also nicht geladen Prozent 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 es ist nicht wahr es ist nicht wahr ich könnte schreien ich könnte schreien Prozent ich könnte schreien mit der Verlust auf Prozent ich könnte schreien ist das geil okay ich krieg's nicht ich krieg's nicht in meinen Kopf jetzt hab ich ein bisschen echt nochmal machen mal mehr mehr weiter mal wau 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 h wau 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 Jetzt verstehe ich, warum die wieder aufgestanden sind. Ein Schuss auf Entfernung reicht also nicht. Kommt der auch irgendwann mal her, oder? Ach doch, da ist er ja. Blablabla! Ah, ah, mehrere Stunden oder fünf Minuten. Okay. Und runter. Bill, du denkst du noch sehr süß? Ja, alles ist wirklich ruhig. Du wachst, Al! Du wachst, Al! Du, du kommst mit mir. Okay, 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 einfach nicht schreien. Okay, also. Ja, ich hatte diese Mission schon fertig. Ich habe dich nicht zu bemerken, ich werde gleich zurück. Okay, also. Ich habe dir gesagt, dass du nicht auf diese Alarm verbrechen hast! Die SWAT-Team wird hier in jeden Moment. Ich kann das mit etwas Hilfe hier, Tommy! Die SWAT-City, Sie sind komplett verabschiedet. Verabschiedet? Ha, 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 ha! Sie sind sich selbst verabschiedet. Sie sind ein verdammt. Tommy, die Tür ist open. Okay, wir haben die SWAT-SWAT-Fund. Wir sind weg. Okay, du hast es. Du hast deine letzte Chance. Sie sind auf dem Platz. Take care! Ich komme zu bekommen! Kassimo, Tcom, T71, T1, T11, T1, T11, 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 T10, T11, 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 TR log Nong ko! 5-15, T10, T alert. ja er ist erledigt er hat sich die Beute aber Phil darf nicht sterben weil Phil muss mir ja noch die Mission machen ja, wo ist Hilary? Ich gebe ihm die Probleme Hey Leute, komm in! Ich habe dich gespürt! Er ist der Stand 21 in Nord, in der Havana Er ist der Stand 19 in Nord, in der Havana Steig ein Guck So! Das ist jetzt ja relativ so simpel einfach Ding zu! Wunderbar! Klappt doch! Und so weiter Warten, dass hier das fertig ist Radios Pantuso! Ich liebe es, ich liebe es! Und dann Komm schon! Hat auch niemand gesehen von den 500 Polizisten, die uns verfolgen, dass wir hier reingefahren sind Cam ist tot Theoretisch müsste jetzt mehr Geld bei uns über sein, aber nein Das ist auch nur Wunschdenken So Ja, diesmal sollte ich vielleicht speichern Das muss man Ja, das sollte ich tun Haha Ja, 50.000 immer noch Ja, 50.000 immer noch Traincamp nicht geschafft! Er war ein guter Typ! Ja, aber noch? Noch für uns! Und direkt! Ja! Sag mir, würde ich einen Massage mögen? Ja, ha ha ha! Hallo Mercedes! Ja, ich bin ein bisschen krass Will ich dir erzählen? Will ich dir erzählen? Ja, das ist besser, wenn Ken Paul in den Hand ist Oh, gib mir einen kleinen Schloss, Alter Ich habe hier neue Freunde! So Malibu wirft jetzt Geld ab, ja Schön So So Ich muss jetzt sagen Out of my way Hier Du kannst dir den Wagen hier nicht leisten Hier So, ich werde jetzt erstmal speichern fahren Boah, hier irgendetwas wird passiert Ja, Entschuldigung Ja, Entschuldigung So Super Da war uns schon die Druckerei Ja, Entschuldigung Na, Entschuldigung Das ist ein Geil Da war uns schon Da war uns auch Bei Da war uns schon Dann Na Da war uns schon Das ist Das ist Und ich bin sicher, dass ich dir helfen kann, ja? Oh, ja... Tommy, Tommy, Tommy! Ich hatte Sonny auf dem Telefon, ok? Bist du mit mir? Ich weiß nicht, aber es gibt etwas über einen Mann, die mich schreckt, um meine Familie zu töten, das wirklich schreckt mich aus. Was machst du denn? Ken, mach es einfach. Ich bin Kahn. Kahn ist ein Mann, der sich schreckt, wenn er seine Leben spürt. Bleib aus dem Idiot-Fuel und schau dich nach dir. Niemand wird uns rausziehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Kahn. Ich bin Kahn, nicht? Es muss sich die Todesmacht geben, die das mit meinem Geist macht. So. Jetzt werden wir also auf dem Weg zu Phil. Mal... ...schauen. Ja. Überholen, genau, wenn Gegenverkehr ist. Oh, stellt das Telefon. Ein Moment. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. Beim Weiterfahren. Da-da-da. Gut, ich kann ja auch hier nochmal speichern, falls ich mich nicht so verkacke. So. Geld und speichern. Unter der Kuh. Unter der, ja, der Kuh. Die, äh, ja. Ja. Und wir nehmen das gelbe... ...gelb... ...gelb-schraße Taxi hier. Und... ...gucken mal... ...was Phil hier zu sagen hat. Ja, wissen wir ja schon. Ferngesteuerte Bomben. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich die verwenden soll, aber... Oh, diesmal sind... ...zwei rechten... ...einer links. Irgendwo ist auch zwei links. Ich sehe das nicht genau. Ist das vier oder... ...drei. Na ja, das ist ja gleich mehr selbst zu merken. Ja, okay, hier sind auch zwei. ...난 zwei. Ich weiß nicht, was ichội? Ich weiß nicht, was ich von mir liegt. Kein Fynn mit diesem Eint go. Eine.